Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. In dieser Woche ist mein Stream-Programm etwas anders als gewohnt und das möchte ich euch in diesem Video kurz erläutern. Zuerst der Donner-Stream, der ja mal am Donnerstag stattfindet, wird diese Woche ausfallen. Nein, er wird nicht ausfallen, er wird vorgezogen auf den Dienstag und wird damit zu einem Dienst-Stream. Und nicht nur das, das Ganze werde ich auch erweitern, es wird also länger gestreamt und zwar es geht um zwei Sachen diesmal. Zum Ersten ist am Dienstag eine große Show von Slytherin, dem wichtigen Publisher für viele, viele gute Strategiespiele. Und die starten schon um 14 Uhr, 15 Uhr glaube ich, unserer Zeit auf ihrem Twitch-Kanal. Mich interessiert aber das Finale dieser Veranstaltung, nämlich um 5 Uhr PM BST, das ist die britische Sommerzeit, also 18 Uhr unserer Zeit, ist eine Announcement-Show, wo sie vier neue Spiele ankündigen werden, die bisher noch unbekannt sind. Und sie haben mich gefragt, ob ich Lust habe, das auf meinem Twitch-Kanal kurz zu streamen und das mache ich gerne. Also ab 18 Uhr spätestens gibt es bei mir auf Twitch ein gemeinsames Schauen dieser Announcement-Show und hinterher werden wir noch eine halbe Stunde über die Dinge reden. Außerdem war Slytherin sehr großzügig und sie haben dreimal zwei Steam Keys gesponsort, die ich im Rahmen dieser Sendung, wahrscheinlich hinterher, weil das zu Ende ist, verlosen werde an euch. Das sind alle Spiele, die hier auf dem Kanal schon mal eine Rolle gespielt haben. Ja, das ist das eine. Das wird so, denke ich, bis 19.30 Uhr dann laufen. Ich werde auch erst kurz vor 6.00 Uhr einschalten können, weil ich vorher noch einen anderen Termin habe. Bis 19.30 Uhr, dann mache ich eine kleine Pause, was zum Essen, Fassen und dann geht es weiter mit dem Spiel, das wir am letzten Donnerstag gestartet haben und das viele von euch und mich auch sehr begeistert hat, nämlich Before We Leave. Das werden wir weiterspielen. unseren Spielstand hier in Valorca, in Saudi-Walrabien und in den versteinigten Emiraten, den wir aber weitermachen. Wir werden es hoffentlich schaffen, dann gemeinsam den nächsten Planeten zu besiedeln. Darauf freue ich mich schon sehr. Und auch dort gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig bestätigen, dass es ein oder zwei Keys dieses Spiels zum Verlosen gibt. Das werde ich dann während des Streams dann auch machen. Ja, aber dazu mehr dann am Abend. Es wird also ein längeres Programm am Dienstag. Schon 18.00 Uhr geht es los. Ende von Before We Leave wird dann so gegen 23.30 Uhr sein und danach gibt es wie gewohnt ein bisschen noch Gequatsche hinterher. Ich hoffe, dass es soweit alles verständlich gewesen und ich würde mich freuen, euch am Dienstag ab 18.00 Uhr begrüßen zu können auf Twitch. Bis dahin macht es gut, euer Steinwein.